hallo und herzlich willkommen liebe zuschauer hier auf der asura zu unserer action nummer wir haben das haus gemacht wir sind gerade in unserem gebauten haus wir haben tief in der nacht habt ihr in der letzten folge gesehen und natürlich begrüße ich erstmal den lieben patrick hallo und michael hallo hallo so wir brauchen hier auf jeden fall taschenlampen sonst geht es nicht weiter aber wir haben ja gesagt es gibt ja nur nachts diese schätze zu finden deswegen haben wir gesagt okay wir wollen die nacht jetzt nicht ganz verstreichen lassen aber ich würde sagen ich habe mich mal eben ein passwort schon wieder ach ich habe wenn man das großschreibe gedings an hat dann ist das schwierig so ich würde sagen wir lassen mal auf fünf laufen die nacht und dann gucken wir wie weit wir kommen wollen ja auch noch arbeiten also wieder was neues arbeiten und wir haben uns gedacht es gibt ja hier diesen relativ großen und übersehbaren weg der freigeschaufelt werden muss und es gibt wohl hier irgendwie eine storyline dazu da werden wir jetzt mal anfangen das heißt müssen was schaufeln und beim schaufeln haben wir uns gedacht wir haben hier immer noch diesen zufahrts weg aber es ist kein richtiger zufahrts weg deswegen habe ich überlegt vielleicht ist das sinnvoll wenn wir das was wir wegschaufeln einfach hier oben rein kippen dass wir hier weg kriegen zu der kevin und ich glaube das ist eine gute idee aber michael du hattest noch eine kugel gefunden oder sagt es irgendwo wäre noch eine richtung 23 hast du gesagt na genau da kommt man die vom weg aus sehen im dunkeln in der ferne leuchten deswegen ja ich bin nur noch nicht da gewesen um es genauer zu erkunden okay dann ich überlege gerade das kann ja diese bleiben geht doch darüber oder ich würde ja gerne mal den weg hochlaufen weil ich ziemlich sicher bin dass oben auf dem auf dem fahrt sicherlich auch eine gelegt würde also ich würde es tun wenn ich mapper wäre und deswegen ist das glaube ich nicht verkehrt wenn wir da mal gucken ob wir da nicht was finden wir haben jetzt natürlich alle fahrzeuge hier stehen das muss ich gerade überlegen aber pass mal auf wir können ja in die fahrzeuge rein hüpfen nachher wir müssen ja gar nicht ich bin das ist schlimm wenn man in den projekten immer dieses nicht haben hat dann kommt man auf die idee dass man nicht mehr haben könnte ja dann lass uns mal hier die sipline benutzen und dann sollten wir dazu dem 23 so nicht ich habe es tatsächlich geschafft ich bin da raus gehüpft genau gehen wir mal zur sipline hoch und schauen mal ob wir da eine kugel finde ich meine ich habe da einen schon glänzend sehen vorhin ich glaube ich muss mir doch mit der tastatur gehen jetzt habe ich hier festgehend ich komme gar nicht bis oben hast du dich verheddert ich habe mich verheddert einfach mal rund um die um die nummern gewickelt hier aber im letzten mal hatte ich das gefühl dass man irgendwie gar nicht ausfallen kann jetzt falle ich ständig raus so letztes mal war es so fixiert auf den weg weil man konnte bis ganz nach unten gucken dunkeln ist die dafür die höhenangst vielleicht besser weil man sieht es nicht so definitiv ja ist auf jeden fall entspannter jeder was leuchten hier oben also ich habe es mir schon gedacht dass das ja dann nichts war ja wie gesagt wenn man mapper ist dann muss man das tun da unten sieht man unsere holz hütte sehr entfernt aber das leuchten noch ein paar lichterchen ja ich würde sagen nachher kann ich erkennen nehmen wir hier mal 15.000 naja gut ok haben oder nicht haben 30.000 werden bei haben und haben wir das richtig so haben wir mit der sipline rüberfahren da müssten wir ja fast da hinkommen was du meintest und dann müssen wir uns gleich überlegen welches gerät wir nutzen zum auf jeden fall ein radlader dafür haben wir noch keine schaufel und wir haben den bagger zwei baggers und zwei baggers sogar okay aber ich glaube das mit dem radlader ist auch nicht verkehrt gerade wenn du so gerade flächen ziehen möchtest ja schon gut so dann müssen wir natürlich mit einem kippe haben wir also gesagt haben wir zwei haben wir den damper eigentlich noch und hatten wir den schon hier ich weiß dort ist denn im doch wärm dumper haben dann der würde hier optimal passen weil ich zumindest gut 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 ist ein bisschen schwierig muss erstmal gucken wann bin ich unten ach so ich bin schon direkt unten ins fahrzeug einsteig nein jetzt fährt Patrick ja dann müssen wir noch ein halbstündchen warten ich sehe da unten was leuchten siehst du ich mir schon weißt du was dann laufe ich halt wer braucht denn die zipline ein erfahrener kletterer erfahrener faller das ist auch nicht verkehrt soll mich mal ein bisschen leiten links neben der zipline kurz hinterm wasserfall links oder so kurz hinterm wasserfall ich bin also am ende vom wasserfall oder also ich bin gerade mitten im wasser ich guck mal so ich bin jetzt an dem see in irgendein bereich des sees müsste irgendwo was sein also von unten sieht man hier gerade nichts leuchten aber die taschenlampe ist aber sehr dunkel ja naja jetzt bin ich wieder auf dem weg du hast es ja bei der verlassenen hütte das feuer des nachts sieht richtig urig aus aber ich glaube das ist nicht das was patrick meinte oder ich glaube nicht das sieht aber wirklich cool aus mit dem dem dampfschwan da oben ist jemand brot am backen aber echt jetzt habe ich auch schon noch schön gemacht hier ja so dann ich nehme jetzt haben wir die immer weniger aber Patrick hat ja noch ein anderes gefunden ja den berg hoch wieder den berg hoch an der zipline entlang oder was ja dann machen wir dann mal auf zum klettern und da vorne ist die zipline ist das da was leuchtet das ist so glaube jetzt kriege ich gerade wahrscheinlich relativ genau darauf zu ich habe was leuchtet ihr könnt aber auch einfach nur fatamorgana sein ich mach mal die motto geh aufs licht zu ach da guck mal hier hier ist nur eine ruine ja wie an dem bei uns am sägeweg direkt genau ich habe die macht von castle grace ich drück mal drauf sag mal das wird ja immer weniger 3250 aber der halbiert sich ja gerade immer die das geld dafür so dann haben wir aber zwei wieder gefunden sechs haben wir noch aber das waren die Patrick die du auf mich gesehen hast wahrscheinlich diese bleiben runter ich denke mal das wird die gewesen sein ja dann würde ich sagen ja also wir können jetzt mal mit den baggern los und gucken ob wir ja wenn wir noch irgendwas finden was leuchten sehen dann können wir das ja noch mitnehmen es lohnt sich auf jeden fall durch das gebiet durchzulaufen da hat man ein screenshot hier in die schreibstube gepackt was will mir der sagen auch das sieht ganz nett aus also ja stimmt liebe zuschauer da bin ich zu sehen wie ich den weg erklommen habe brauche ich eigentlich richtig richtig ich habe die verbindung zum spiel verloren da steht hier auch sehen wir das ist ja nicht so schön das ist unpraktisch also das klingt auch im discord jetzt leicht abgehackt ok zum bagger in der nähe sprach chat verbunden nö nö jetzt geht es auch wieder besser ich weiß nicht was es ist ok ich gucke mal eben was meine mein rechner sagt aber Temperaturen alles gut nö scheint sich nicht nicht zu stark zu überanstrengen vielleicht hat sich ein Dummeln gefürchtet das kann mal nur passieren ach jetzt bin ich wieder in der Hütte zurück das ist ja ärgerlich ja pass auf dann hüpfe ich dann doch mal zu unserem Platz so ah hier ist Dampfer Nummer 1 und ähm ist das ja auch ein Dampfer hier der Mercedes mit der Plane drauf da müsste was drauf sein ja glaube ich meine ich war der Plan dann gucken wir doch mal eigentlich schon zwei damit das Licht ist natürlich der Hammer da kannst du ja hier richtig damit anfangen aber ich habe wenigstens Ventilator hier drin ähm gut dann müssen wir jetzt gucken dass wir zu dieser Worksite hinkommen wir brauchen auf jeden Fall wir brauchen auf jeden Fall ich würde sagen den Radlader mit Schaufel brauchen wir noch den zweiten Damper den großen ne ja genau den du da hast ja ja dann fahre ich dir hinterher hatten wir hier im Radlader den Schaufel haben wir noch nicht gekauft ne ich habe nur mal gerade den Greifer abmontiert ähm Patrick wolltest du den mitnehmen oder wolltest du lieber mit dem Benz fahren was ist das Patrick ähm Moment äh verschollen ich fahre mal los ich hatte mich gerade jetzt durch den Fahrzeugen verheddert äh okay kein Problem wir brauchen auf jeden Fall noch den Radlader und wir brauchen äh ich fahre den wir brauchen einen Weg warte mal ich muss mal eben gucken ach wir sind auch noch nicht mit unserem oder sind wir mit unserem Weg waren wir noch nicht fertig ne nee keinesfalls müssen wir auf jeden Fall erst noch mal hier hier lange hilft nix ähm du weißt wo es lang geht? ja noch nicht ich gucke gerade so wir müssen ja auf jeden Fall hier hoch und dann müssen wir fahren wir den Weg den wir ähm auch zu dieser camping gefahren sind da müssen ja auch noch Fahrzeuge von uns jetzt überlege ich gerade was passiert denn wenn wir hier gerade ausfahren wieso ging das denn nicht? oder ist das gar kein richtiger Weg? ach ne dann warte mal das war gesperrt irgendwie ne ich glaube ja dass dieser gesperrte Weg dass man den noch frei bleiben kann da war doch irgendwie Felsenweg ne ja ist auch egal pass auf wir müssen da oben hin und dann müssen wir gucken dass wir hier rüber kommen in irgendeiner Form da stehen noch Fahrzeuge von uns wenn wir da rüber fahren vielleicht da zu 46 eine 46 vorbei und da hoch aber wir fahren hier durch ich muss mal gucken ob das geht ja ich ähm ich glaube ich kenne ungefähr den Weg ja der müsste eigentlich noch gehen im Dunkeln ist das schon auch witzig hier du bist mit dem Mercedes etwas schneller ist das so? ach so ja deine ähm ja das stimmt dein fährt ein bisschen langsamer dafür das Licht hier ist der Hammer ohne Quatsch ja Licht an 1975 aber echt ja aber gut das gehört sich bei den Dingern auch so wir haben keine LED Scheinwerfer gehabt so und hier ist es so dass hier geradeaus theoretisch ein Weg sein sollte aber dann muss ich mir das nochmal angucken ähm also das soll hier ja ein Weg sein auf der Karte zumindest hier ist aber nichts in die Richtung wenn da irgendwo ein Anschluss wäre oder so würde ich ja noch sagen alles klar aber da kann man also vielleicht ist das ein gedachter Weg den man sich bauen soll also auf der Karte würden wir nach zuurteilen ist es das auf jeden Fall ich hätte ja gesagt dass man hier die Steine klein kloppen muss das wäre ja noch eine Option gewesen das ist keine vielleicht ist es sogar so aber trotzdem haben wir dann immer noch keinen Weg also das ist ja so weit von dem Weg weg guck mal das ist quasi abwegig das ist abwegig ja genau dann fahren wir hier rechts rum dann gucken wir da mal dass wir was zum Schaufeln kriegen ich überlege gerade die sechs Kugeln die können überall auf der Karte sein ich bin belechert wo ich die als Mapper noch verteilen würde wahrscheinlich nicht da wo man diese Haupt-Worksites hat hier also wir werden irgendwann noch mal etwas weiter in andere Gebiete auf die Suche gehen müssen die Mopeds oder die Buggys die bieten sich für so etwas an das stimmt ja genau da vorne stehen ja irgendwo unsere Fahrzeuge wir müssen dann gucken ob wir irgendwo rechts rüber kommen irgendwie mag der Radlader die Steigung nicht ok was soll den mit dem Tieflader abholen ich bin schon weit gekommen aber den Berg rauf fuhr da plötzlich nur noch 16 statt 36 die er kann ok das ist nicht das meiste so hier stehen unsere Fahrzeuge hier haben wir auch übrigens zwei Tieflader stehen also Tieflader hätten wir genug so hier müssen wir nur gucken ach guck mal hier hier ist auch hier ist doch auch Erde auf dem Weg ach das hier ist das mit der Pipeline ja wenn wir dann sowieso direkt hier sind dann lass uns doch hier das erstmal wegschaufeln dann lass uns doch das reinfahren da oben da brauchen wir doch nicht unten an den Weg dran wenn wir hier schon sind die Pipeline oder? mindestens hier diesen mittleren Bereich sollte man aber dann nachher wieder zumachen weil ansonsten kann man den Weg ja gar nicht mehr kreuzen und so ja das bin ich auch dafür aber da müssen die auch noch Rauch erst dann rein ja komm mal hier dann kommt da nix ich hab schon mal den Bagger runter holen hier ist der noch angeschnallt? ne ich glaub nicht aber der Tieflader ist nicht auf wieso hast du denn jetzt nicht aufgemacht? sag mal das war's aber der meiste Licht hat der auch nicht dabei hier da muss ich jetzt mal gleich gucken wie die Steuerung funktionieren soll obwohl das war auch oftmals mit der Tastatur einfach zu bedienen ne? ja der hat seine eigene Steuerung ne? neue Steuerelemente ins Menü mit eingebrachte Bagger hier magst du mal eben an der Tieflader hier wegfahren? etwas zu breit ne? ah guck mal so kommst du vorbei? jo oh Hypespeed ach der geht auf 8 oh pass mal auf ha Raser ich mach mich gerade mit dem Gerät vertraut so wir sollten dann wahrscheinlich auch optimalerweise hier vorne anfangen da wo die Rohre auch verlegt werden sollen ne? genau ich werde dann nachher auch noch dran kommen so so haben wir denn noch irgendetwas um die Rohre auch zu transportieren? Agius zum Beispiel mit seinem Kran ja genau für sowas ist der ja gedacht soll ich denn schon mal ein Schwung Rohre holen? äh kannst du gerne machen hüpfe ich mal dahin das Problem ist dass der Bagger nichts in die Schaufel nimmt ok der schubst das einfach nur weg er schiebt das nur durch die Gegend hm hört uns das Land schon? aber schieben tut er das doch dann braucht uns das Land doch nicht gehören oder? er zeigt es auch kurz in der Schaufel an aber er tut es dann wieder weg müssen wir das Land haben ich probiere es mal mit dem Radlader ob der was aufnimmt ja wenn man über etwas fährt äh äh abgekippten Haufen fährt über ein Gelände den einem nicht gehört verformt sich der ja schon also er nimmt nichts auf der Radlader aber dennoch aufnehmen glaube ich nicht dass man kann wenn es einem nicht gehört ich kaufs mal so dann gucken wir nochmal ok jetzt habe ich tatsächlich ein bisschen was drin ok wenn das so ist dass es uns gehören muss dann wenn wir jetzt mal anfangen das ist tatsächlich so es muss uns wirklich gehören das hätte ich jetzt nicht gedacht ok das wird aber das wird ja noch ein bisschen bitterer ne willst du mal den ja dass wir die Ausgaben dafür haben ne ja würdest du mal den ähm ein Dampfer hier hinbringen äh ich oder ja ok warte Moment dann wer auch immer wo sitzt du wo sitzt du du willst fahren weil du im Dampfer saßt äh ja ja ich Moment ich schwinge mich da mal hin ich kann auch einen ein wo bist du denn michael ich dachte wegen den Rohren holen und so weiter deswegen achso ne lass uns erstmal hier gucken wir müssen erstmal abfahren also lass uns erstmal gucken dass wir hier ein bisschen Erde wegkriegen bevor wir Rohre holen ach das war schon alles an Licht mhm das ist gut ne ich kann jetzt schlecht auch auf die Erde stellen ja eben das ist schon richtig ich muss ja die muss ja weg wir gehen da rein also jetzt ist er bei 76% ok also sind 19.000 Liter jetzt drin kriegt die drei Schaufeln nicht ganz drei Schaufeln da rein ne gar nicht nicht alles jetzt auf voll ok ja gut dann ähm werden wir jetzt was zum Schaufeln haben wie viel geht bei dir rein Michael? das waren jetzt 7% 300.000 ich kann sagen das ist ja nicht viel ähm ich bahre etwas vor damit du ein bisschen Rangierspielraum hast ne das Rangiers kein Problem ah das ist aber schon wir müssen noch hier irgendwo hin irgendwo hin kippen ne weil wir das ja gleich zum zuschütten wenn wir da brauchen achso ich hab gedacht das ähm aber das brauchen wir ja nicht alles zum zuschütten oder? äh ne ne tu mal da würde ich sagen ja genau aber eine größere Menge werden wir auf jeden Fall dafür nicht mehr brauchen ne tu mal fahr das mal dazu den Weg weil wir was haben wollten jo der ist ja direkt hier also eigentlich bietet sich das an das dahin zu fahren dann das ist ja nicht mal bei mir aber das ist ja nicht so ich denke mich aber jetzt auch gleich schon voll jetzt bei 64 prozent schaufeln und dann haben wir doch dann mache ich jetzt mal pause so licht die bagger fahrer so lichtmäßig ist das hier bei der beleuchtung ist das echt eine herausforderung mit dem ding hier das ist der hammer ne zwei teelichter vorne drin wenn kann ich noch okay das könnte noch durchaus eine herausforderung werden den graben genau leer zu kriegen obwohl die steuerung gar nicht so schlecht gemacht ist also das muss ich mich daran gewöhnen aber man hat die chance wirklich mehr als gleichzeitig zu machen ich glaube ich habe mich hier festgefahren ein bisschen mit dem arm hantieren war jetzt noch mal der weg rein so ist aber ich verteilte davon soll ich uns mal eine flutscheinwerfer hier hinstellen wir ein bisschen was sehen auf jeden fall nicht scharfhaft kleinen gag hier mit dem weg zu schütten wir dürfen hier wenig sinn kippen was das land nicht gehört nach so ist halt auch noch kaufen ja moment kann man das dann kaufen ja laufen kann man schon aber ich weiß nicht unser geld reicht dafür was kostet es denn moment ja nur 650.000 aber warte mal wir haben doch moment mal moment mal die besucher machen jetzt auch ende wir haben ja gesagt dass wir für jeden kommentar was hat man gesagt wie viel wollen wir uns gut schreiben hat mir 5000 gesagt ich meine 5000 so was hätte ich im kopf ich glaube nämlich auch aber nicht ich meine ich auch es waren 5000 also liebe zuschauer bis zur nächsten folge werde ich jetzt rausgesucht haben wie viele kommentare hier schon so da gelassen habe wir sind natürlich noch ein bisschen mit den aufnahmen also das heißt ihr habt noch nicht alle videos gesehen aber die die ihr gesehen habt für die kommentare können wir schon uns geld gut schreiben vielleicht reicht es ja so also ihr müsst da mitmachen also jetzt noch mal kommentar da lassen der wird uns später auch helfen so das geld wenn wir nicht brauchen damit wir unseren plan durchziehen können und ich finde das sollten wir auch tun deswegen kommentar da lassen däumchen da lassen und dann sagen wir tschüss bis zum nächsten mal und auch von mir alles gute bei bei und ade bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal Vielen Dank.